Zum ersten Mal haben wir uns vor 20 Jahren getroffen. Er hatte schon immer ziemlich gute Ideen. Er war hungrig nach neuen Entdeckungen. Eines Tages kam er mit einer Idee zu mir und diese Idee war einzigartig. Das war der Moment, an dem alles begann. Wir wussten, was wir hatten, war großartig. Aber wir mussten es erst mit eigenen Augen sehen. Es war wunderbar zu sehen, wie unsere Idee Form annahm. Wir waren uns sicher, dass unsere Technologie gebraucht wird. Es war bisher nicht so einfach, zwei Bauteile mit einer perfekten Naht zu verbinden. Aber wir haben einen Weg gefunden, eine nahezu perfekte Naht zu ermöglichen. Zum ersten Mal zu sehen, dass es funktioniert, war unglaublich. Es ist ein bisschen wie mit verbundenen Augen den Weg mit einem Stock zu ertasten. Nur, dass unser Stock der Zusatzdraht ist. Zu Beginn wurde ich gefragt, eine Liste mit 100 Sälennummern zu verfassen. Aber in kurzer Zeit wurde uns klar, nur 100 werden nicht reichen. Vom Praktikant bis zur Führungskraft ist bei uns jeder wichtig. Wir sind stolz darauf, wie weit wir in so kurzer Zeit gekommen sind. Aber für uns ist das erst der Anfang. Und da war noch ein bisschen gebraucht. Aber für uns ist das, was das die Festschutz-Dzeichnummern zu ver